So Freunde, da haben wir das erste Pack ready to go, Weg zum Ruhm, Upgrade, es kann losgehen. Was gönnt das Pack? Ist es Top oder Flop? Und vor allem bin ich auch gespannt gleich, was beim Rest so um die Ecke kommt. Wir starten rein, wir suchen es und finden es. Wir öffnen das erste in 3, in 2, in 1. Come on! Es wird schon mal rot! Es wird Deutschland! Moment, oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Das ist Sané! Let's go! Ey Freunde, soll ich euch mal was sagen? Da bin ich jetzt als Nässe gegangen. Warum ist es nice? Ich glaube ich brauche es nicht sagen, oder? 550.000 Münzen erstmal vorweg, kostet er auf den Transfermarkt. Die SPC an sich ist roundabout 100.000 Münzen wert. Also das ist in sich schon ein richtig geiler Win. Da ist dick ein Sané draus zu ziehen und vor allen Dingen wegen der neuen Evolution. Kommen wir gleich zu. Jetzt aber erstmal Sané anschauen, Freunde. Jessus Barriere, 5-Star, 4-Star. Links wie rechts kann er spielen. 9,90 Antritt, 9,90 Sprintgeschwindigkeit. Was soll man dazu sagen? Topkarte. Alles bis auf 11 Meter, kann er so gefühlt. Ja, und dann 4 Playstyles. Power-Schutz natürlich wieder dabei, gefühlt wie bei jedem. Und wow, da freue ich mich extrem drauf. Upgrade in Bezug auf die SPC-Karte von ihm. Ja, Sané, wie geil. Passt aber in meinen Main-Squad rein. Generell, unabhängig vom Deutschland-Squad, besser kann es nicht anfangen. Let's go. Richtig guter Start. So, Freunde. Also, wir hoffen jetzt auf weiteres Pack-Lack nach Leroy Sané. Zweites Pack wird Uruguay-Inverteidiger. Ja. Moment. Moment. Jiménez preislich. Oh, gut. Du hast ihn schon als Duplikat. Dann machst du ihn auch. Abpreisigkeit weiß ich, kann ich ihn gar nicht einschätzen. Oh, was. Nur 25.000 Münzen. Trotz der heftigen Stats. 97er Reactions, 91 Pays. Boah. Ey, Freunde. Das ist natürlich tragisch. Du machst die SPC, aber preislich. Es ist nach wie vor lohnenswert. Lass uns mal reingehen ins nächste Pack und hoffen, dass da was Besseres rumkommt. So, Freunde. Bevor wir in das nächste Pack gehen, müssen wir jetzt erstmal Player Pick öffnen. Und zwar der von gestern, der 93 Pluser. Da haben wir ja auch schon gestern einige gemacht. Rhesus Navas. Die Marco und Kuto. Kuto war ja extrem günstig. Die Marco kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der noch weiter hochgegangen ist. Lass uns mal grad gucken. Und Navas ist... Oh, die Marco ist immer noch bei 284.000. Ey, der hat sich aber gehalten, ne? Und Rhesus ist bei 155.000. Also, wenn der natürlich dann noch sozusagen Spanien gewinnt, das wäre GG. Aber gut. Der Marco ist auch immer noch richtig teuer. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass der sich preislich so gehalten hat. Also, wow. Das ist wirklich ein GG. Der Marco... Boah, fast bei 300k. So, wen haben wir jetzt? Ich habe es nicht gesehen. In Toronto? Oh, so, jo. Oh, ne. Das ist doch wieder... Das ist doch wieder 19.000 Münzen. Das ist natürlich ein Big L. Was hättet ihr gemacht? Navas mitgenommen, der eventuell noch Chance hat auf ein weiteres Upgrade bei dem Player Pick? Oder hättet ihr die Marco, der wesentlich Stand jetzt teurer ist? Boah. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Was hättet ihr... Wo hättet ihr Bock drauf gehabt bei der 93 Plus Player Pick Geschichte? Schreibt das gerne mal in die YouTube Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Aber da haben wir schon fair rein. Oh, das ist natürlich nice. Ja gut, das passt natürlich perfekt ins Team hier. Also, Navas hat auf jeden Fall wunderbar in seinen Squad gepasst, den wir eben gesehen haben. Insofern richtig gute Entscheidung. Ich hätte, glaube ich, auch die Option mit Navas definitiv mitgenommen. Auch wenn die Marco-Stand jetzt noch teurer werde. Das nächste Pack kommt mit. Wem? Portugal. ZM. Oh, den hatten wir doch gestern schon. Die Kompagnen haben gesagt. Eieiei, was ist er denn so günstig? Mal gucken, ob er sich verändert hat preislich. Nunisch. Ja, 40.000 Münzen. Aber trotzdem. Wie gesagt, der Versuch bleibt es wert. 100.000 Münzen. Die SBC teuer. Und den hat er auch noch nicht am Start. Also ich meine, das ist eine richtig ausgeglichene Karte. Karte zwar günstig, aber eine richtig gute Karte. Vier Plays als Plus. Was will man mehr? So, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet schon den ersten Tag gewinnen. Und zwar von der neuen Upgrade SBC. Lasst mich gerne wissen, was habt ihr in eurer Upgrade SBC in dem jeweiligen Pack drin. Schreibt das gerne in die YouTube-Kommentare. Gerne auch für die Community. Morgen ist es dann soweit. Eine neue Season steht an. Das heißt, hier auf dem Hauptchannel wird es ein Doppelvideo geben. Also Mittag-Upload zu der neuen Season. Roundabout um die Mittagszeit wird es ganz online gehen. Und dann natürlich, wie ihr es gewohnt seid, der 19 Uhr-Content. Der täglich sowieso hier am Start ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne auf jeden Fall Liebe da. Und dann sehen wir uns gerne morgen hier an gleicher Stelle wieder. Wie gesagt, Doppel-Upload. Nichts verpassen, Freunde. Aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Hier noch zwei weitere Videos. Viel Spaß dabei. Und insofern haut da rein. Euch in den spannenden Fußballabend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.